Und weiter geht's bei Horizon Zero Dawn. Dann gehen wir doch mal wieder raus. Eloi, forgive! Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse. To kill a metal demon. How, Eloi? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes. I will do it. I'll try anyway. All praise, Eloi! Anointed of the Nora! All praise, Eloi! Anointed of the Nora! Up! All praise, Eloi! Anointed of the Nora! First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders. Whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here. Everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Eloi says, so it shall be. Nora! Make way for Eloi! That she may forge the path, for others to follow. Ja, die Tirsa versteht ja das Ganze wenigstens. Also die Tirsa sieht's halt ein. Die Tirsa ist super als Charakter. Die ist halt so hin und her gerissen zwischen ihrem Glauben und der Realität, wenn man so will, ne? Gut. Ja, dann werden wir hier auch durch. Eloi. How kind of you to spend a moment with me before you depart. Ja, gerne. There can be no doubt now. You are a blessing made flesh. The will of the goddess incarnate. It's really not that simple, Tirsa. But I guess it's close enough. I know the path ahead will be dangerous. To kill a metal devil sounds... Impossible, but... I believe in you. Uh... Thank you. Tirsa... I want to know Rost's story. Why he was made an outcast. He never told me. Said he took an oath of silence. What did he do? Oh... Yes, that. Hm. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? Yes. Of course I want to hear it. Tell me. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago. Before the derangement. Before the Red Raids. A band of murderous outlanders. 12 in number. Struck without warning. At Mother's Vigil they took hostages. And then pressed on. Headed for devil's thirst. Okay. Mother's Vigil? Where is that? You would know it as the Forsaken Village. Near the Karja border. But at the time many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the outlanders. And his daughter was among those taken hostage. His daughter? What was her name? Alana. She was just six years old. Okay. Nora Braves couldn't stop 12 outlanders. Or rescue the hostages. It was quite impossible. We outnumbered them. But every time a brave came within Bowshot. The outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond devil's thirst for two days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the outlanders made their way back to the border and disappeared. Hmm. What happened to Ross's daughter? She was killed. Ross was one of the braves who tracked the outlanders, keeping his distance. There were six hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Are you saying that Ross went after them? That he became an exile? No. Ross was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a death seeker. Okay. A death seeker? What is that? One who dies to go seeking. And in seeking brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to all mothers' care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I... I don't understand. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with all mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then, he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But... 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 Rost did return. Yes. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was... delirious. In agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke Tabu, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave, who'd lost a mate and two sons to the very outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission? To the contrary, he killed all twelve. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian. Ban Ur. The Claim. Utaru land. Further even, into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the sacred land as he could. He never expected nor asked to be dragged across the border and nursed back to health. That was done to him. Leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a Deathseeker Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But, we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast? Yes. We offered to do so, on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you, and would not let you be raised by the tribe. And so, we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship all mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl? Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift and never a burden. Alright, Tearsad, that's... that's quite a story. That will be for the goddess to decide. Only she knows the future. For the moment, my sister matriarchs and I will see to the wounded. And as I promised, anyone who wishes to join you at Meridian, we will declare seekers. I think for the time being, we should remain here in the mountain, close to the goddess. Um, that might be best. If nothing else, it's a defensible position. It's time for me to move on. I thank you for doing what you could to help me through the years and for telling me Rost's story. I wish I could have done more, but I am just one woman. As am I. No need to sell ourselves short. Oh, thank you, Aloy. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. Hmm, reden wir mit den alten Schicksen da noch? Also, der Schickse, die ist ja so die neutrale eigentlich, aber die nachdenkt. Ich sollte noch mal mit jedem reden, noch mal. Sona. Sona. Sona? Ja, genau, stimmt, sie ist ja der War. war. Schezza. My life has been long. But I've never seen anything like that. Tiersa was right. A blessing, not a curse. We were so unsure. I nearly lost Holtby for the Uha! Da! Sorgt wer? Nora? So. Varo? Not me. Right. Hahaha. Oh, es geht schon. Ich werde dann auf meinem Weg sein. Ich wusste immer, dass du nicht wie andere Nora war. Neither bist du, Varl. Vielleicht, wenn wir all das überleben, kann ich dir zeigen, was ich gelernt habe. Was ich gelernt habe. Vielleicht. Vielleicht. Wenn die Frau so will. Ich sehe dich in Meridian. Ich finde das so genial, dass du einen Charakter habt, der diese Gottes-Tralalü alles auf den Geist geht. Tab! Ach, der Tab. Ach, der Tab. Der Tab ist gut. So. Wabber. Mora. 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 Amen. Komm schon, laden sie. Laden sie. Bin laden, bin laden und habe geladen. Geht doch. So, Meridian. Bin gespannt, was jetzt kommt. Lachen. Männer. Wollen wir mit Navat reden? Ja, stimmt, klar. Der muss ja gewarnt werden. Ähm. 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 Wenn sie leben, dann verlieren sie die Hoffnung. Das ist... kruel. Sie wollen uns nicht auf die Zeit sprechen. Sie wollen uns finden Derval. Sie sagte, er rave über die Sonne schmerzen. Tell ihm, was du hast in seinen Büchern gefunden. Ein Buch. Er hat einen Schiff von Blaise gelegt. Nur, es war nicht zu Derval. Der Name war Eiland Forgemann. Das bedeutet dir nichts zu dir? Hm. Hm. Ja gut, klar. Er will Blut sehen. Ja gut, bitte. Als wir gesprochen haben, Eren nicht wünschte sich auf die... ...details von Ursa. Natürlich verstanden. Aber jetzt, dass sie auf meine Gelegenheit verlassen haben, diese Details sind alles, was ich zu denken. Um... ... ... ... Du bist jetzt. Du bist. Sie sterben, bevor du sagst. Ist das so obvious? Du bist richtig. Ich stehe auf meine Schmerzen, nicht nur hers. Und es gibt nur eine Sache, die kann helfen. Find Derval und bringe ihn vor mir. Er wird Antwort auf seine Schuld. Gerne. Der König. Der Thron. Was ist denn das für merkwürdige Brücken da eigentlich? Ist das ein Wasserteil? Ist das ebenfalls runter? Ja, das ist ein Aquaduct, oder? Aquaduct. Da kann ich eh nicht runter, ja, ja, war ja klar. Ja, das ist ein Aquaduct. Wo ist es noch dazu? Was ist denn? Wir können nicht das wieder passieren. Was ist denn? Wir wollen mal da runter und ab zum Warenhaus. Ist das da unten? Na gut, wenn die da Kisten was Blaze drin haben, macht's auch mal ordentlich Röms und ja. Shit's on fire, yo. So. Da hat man mal nach Munitioniert. Und natürlich voll in die falsche Richtung losgelaufen. Geh weg, Guard. Ähm. Ähm. Let's have a chat. No. A colourful discussion. Ja, cool. Ich hab schon. Das ist die, die Hunter-Gilde. Ich werd's jetzt mal dann auch noch fertig machen. So. Wohl vorbeigerenz. Da ist das Haus. Was? Voll gerüstet, Shutter. Ziemlich bedrolig aus. Oh boy. Oh, hier ist es für uns eine Überraschung. Ist das eine Bombe? Ja. Das sieht nicht zu groß aus. Wir müssen uns töten. Okay. Ich lasse. Ich lasse. Wenn da oben ein Glump drin ist, dann mach... Oh. Wenn die Bombe weggeht, wird die Blaise in einem Feuersturm. Das ist viel Blaise. Ja. Wenn die Bombe weggeht, wird das wie Derval erwähnt. Das wird das, was Derval erwähnt. Der Schmuck wird in der Sonne. Als die Stadt geht in die Flamme. Da muss es ein Weg geben. Da muss es ein Weg geben. Ist das Ding weggeht? Das ist schon eine ziemliche Menge Blaise, ja? Ja. Wenn ich es versuche, würde es ein Bombe wegnehmen. Okay. Search the warehouse. Ja, ja. Hm. Haben wir noch was? Nice. Und jetzt raus sie damit. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich habe die Stadt. Ich hoffe. Aber wenn die Blaise fällt, geht es weiter. Weil die Bombe auf dem Bord des Bordes wird gesetzt. Boah. Läufts. Boah. Läufts. Boah. Läufts. Dürvall sagte, dass er ein Vaud macht. Keine Chance. Keine Chance. Um das zu tun, muss er in der Palasse zu kommen. Und das ist zu viel gegründet. Läufts. Läufts. Läufts, um sicherzustellen. Ich muss nachschauen. Vielleicht Dürvall, die Leute verlassen etwas hinterher, wenn sie die Bombe haben. Ich verstehe. Keine Angst. Er versucht in der Palasse. Er ist fertig. Boah? Hmm. вып.. Brettern sofort rum härher. Ah, ich glaube, die Spuren hätte ich so nicht gefunden, Alter. Da ist überhaupt nichts zu sehen. Ja, der fetzen schon. Das muss sein, wo der Dürrval den Detonator entdeckt hat. Er tunnelte durch die Wände. Der Dürrval hat einen Weg in das Palais gefunden. Okay, nach unten. Dann auf die Seite. Sagt er, auf die Seite. Geht doch. Und jetzt wieder hoch. Die zwei Sprungdinger sind immer so wunderschön zum Spielen. So, und da ist er mal. Habe man zumindest mal zwei Henchmen erwischt. Ohm. Da geht's rauf. Voll verpilzt das ganze Wasser da. Ohm. Ich bin ein Witziger von einem Manniak-Kinney. Du hast mich von meinem Recht zu töten, um deinen Vater zu töten. Also, ich werde dich für dich abzuhren. Ich werde mich lieb, zu sehen die Karja zu sterben. Even mehr, weil du mit mir wirst. Sag'n Glückwunsch zu Meridian, Navad. Wird in die Stench. Und schau' auf die Asche. Was ist falsch. Ich habe nicht... Ich habe nichts gehört. Es gibt ein bisschen Schmuck aus der Mesa. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein, nicht ein Schmuck aus einem Schmuck-Burner. Ja, destroy das Ding doch endlich, verdammte Axt! Ah, besser. Besser. Was ist das? Oh. Oh. Du musst bist die Nora, die meine Schmuck-Burner hat. Und duftet deine Bombe. Bist du jetzt? Na, Bombe oder keine Bombe? Ich werde das Schmuck-Burner mit dem Blut. Erst deine, dann Avad's. Komm schon, Schmuck! Oh! Boah! Ist das ja voll die Schrotz? Soviel zum Thema von... ...Dim-de-Wall. ... 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 Hmmmm... Gibt's denn nicht? Nur das Bandsong ist abgeschossen gerade. Dann bin ich ja beruhigt. So, Glyntog weg. Glyntog kommen wir... Okay. Okay. Glyntog sind so nervige Gegner. Du kannst kaum in Worte fassen, wie nervenfügt ihr sind. Ich hoffe, ihr liebt diese Dinge, weil es mehr in der Weg gibt. So ein Mist, Viecher! Never do the work if you can get a machine to do it for you! Der geht doch! Butter geil! So, derwahl! Plan 8! Soll ich eine Karte bekommen. Soll ich dir, dass Ursa hier um dich zu töten? Ich mache das für sie. Gehen Sie bitte! Ich bin nicht Angst, außer dass du, Erend, du wirst du es! Ich weiß, was du Angst hast. Gehen zurück zu Mainspringen in Chains. Jeder Klan in der Klai möchte dich tot. Und sie wissen, wie es zu schmerzen. Sie werden sogar für das Privilege. Es ist nur wie du, um jemanden zu tun zu machen. Shut up! Du bist jetzt in der Sonne King. Läuft! Was ist denn so am laubkwert? Dürrwal. Wo ist das Dürrfleisch? Dürrwal. Quatschen wir mit Dürrwal und dann reden wir mit Dürrwal. Dann ist der Nauwisch offen. Aber klar, es muss ja wieder Glintalk sein. Diese Mistkreaturen. So, jetzt reden wir mal mit dem Poppenheimer. Ja? Let's have a chat. No, a colourful discussion. Der Vogel, gib ich gleich colourful discussion, ey. Ich geb dem Typen gleich colourful concussion. Okay, der ist da unten. Ähm, ja. Ja. Dürrwal. Das gefühlte, er ist oder not kerker unten. Aber wie komme ich hin? Das ist gut. 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 Ich verstehe. Du willst es rein? Das ist gut. 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 Ja, macht dass der wohl. Gut, das hat sich vollgläunt mit dem Wabler zu reden Dementsprechend entspannt zurück zum König und zum Errand Palace ist schon ein ziemlich schickes Bauwerk Das muss man sich dann echt lassen, wir haben sich echt was gebaut Wir lassen vor allem die Welt komplett aus und dann wieder booten So, aber man Ah, was Wo wäre wir ohne dich? Und ich will nicht versuchen Ich hoffe, dass du dich in Meridian Ich hoffe, dass du dich in Meridian Wir sind du und Ersa, du weißt Ich glaube, dass es klar ist, wie ich fühle Wie ich fühle mich über sie Sie hat mir nicht nur ein Hinweis Sie hat mir Kraft Aber wir können nicht zusammen Aber wir können uns nicht zusammen Aber wir können uns nicht zusammen Relation zwischen Karjah und Oseram und Meridian war nicht so gut wie es war Die Union der Sun-Klinge und Oseram-Warrior würde sich in der Stadt öffnen Und wahrscheinlich in der Krieg mit den Klans Hat jemand wissen? Nur einer Derval Er wollte Ersa, aber sie hat ihn verraten Und so Und so Jealousie wurde noch eine andere von seinen Motivationen Warum Sie wollen mich bleiben in Meridian? Ich denke, dass das wäre obvious Nicht Ich denke, dass das Ich denke, dass du die Stadt von in Flames Du bist stark schrecklich und schrecklich Ich könnte jemanden wie du auf meine Seite ähm Ich denke, dass du wirst nicht wie ich in der Ich denke, dass du bist Du bist deine eigene Frau, wie Ursa war. Aber bitte, erinnere dich, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, dass heute nur ein Sonnenschein für uns ist, nicht ein Goodbye. Das ist netto. Wenn sie kommen, wird es von dieser Richtung. Ich verstehe. Was du sagst, eckert die Grüße, die ich von Maraad gehört habe. Ein Schadokarja-Splinter-Gruppe, korrupte Maschinen über die Lande. Ich werde Veränderungen an unsere Fortifikationen über den westen Bluff der Stadt. Wann wird der Atacke kommen, wissen Sie? Ich bin noch nicht sicher. Und wir werden tun, was wir können, um es zu vorbereiten. Bleib mir informiert, wenn du mehr lernen kannst. Und jetzt quatschen wir noch mit dem Errand. Ich bin noch nicht sicher. Aber sie hat mir auch gesagt, dass ich mich aufgewachsen bin. Ich muss mich sagen, dass es ein bisschen verletzt hat, wenn sie so gesagt hat, aber ich versuche es zu einem Herz. Und ich denke, dass es aufgewachsen ist, was du sollst machen, in front of was du willst. Genau? Wenn du mich fragst? Ich bin ziemlich sicher, dass du älter bist. Ja, aber ich bin nicht so, wie ich. Du hast mit Duval gemacht. Ich bin nicht so, dass du mir zu viel Geld hast. Ein Teil von mir immer noch möchte, um einen ruhigen Moment zu spüren. Ja, aber du nicht. Weil du ein guter Kapitän bist. Du wirst mich schreien? Ach ja. Also, nach allem das, was für Arrend, Vanguardsman? Ich gehe zurück nach dem Klaim für eine Zeit. Ich werde mich mit meinem Klan und... Ich werde mir die Ursa aufwärtsen. Wie sie würde. Und damit meine ich... Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Wie wird der Osserum tun? Erstens. Sie werden es über das lange Zeit verraten. Aber was sie mit ihnen kommen, wird es schnell sein. Ich kann das leben. Ich kann das leben. In Wahrheit, ich könnte es nur in seiner Klan unter dem Sonnenrink, um ihn zu erzählen, was er kommt. Hm. Ich weiß, du musst. Ich kann das leben. Ich kann das leben. Ich kann das leben. Zwei. Zwei. Ha. Und sie mag mich. Ja, der... Der ist so ein cooler Charakter. So. Und somit... Go to the Biddy Climb. Und wir haben Meridian gerettet. Juhu. Und morgen sehen wir uns auf der anderen Seite dieses Ladepilchirms. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.